Ja, Björn, dann Machstunde soll's losgehen, ne? Ja, und sehen's. Los geht's. Schöne. Ja! Ja! Alles klar, reicht schon, das ist immer schön. Entschuldigung. Ich wusste gar nicht, dass du mich sowas auch ein bisschen horny sagst. Mach ruhig was mit mir. Ja! Achso. Alter. Ich dachte, das geht noch mal los. Guck dir, es läuft dann, es wird nie wieder so gut klappen wir jetzt in der Probe, aber... Fuck. Oh Gott, war das so gut? Ich hab das schon beim Hinsetzen gespürt. Käse, Igel, Frikadele und das Trikot an. Das wären die berühmtesten Abbräche, die es jäger hat. So, was ist das? Senf dran. Ihhh, aber ganz schön viel Senf. Scheiße. Ihhh, warte. Götze? Wo ist ein Götze? Wo findet man Götze? Der ist vorne drauf. Wer ist das? Götze. Achso. Alter, ich geh durch. Wo wär da unser Mann, Götze, Seppi, Judi? Ja, egal ob Trotz da oder Weiß. Ich dachte eigentlich, die fliegen nach da, ich hätte sie nicht nach da geschrieben. Ich dachte eigentlich, du machst es so zu, dass die nach da abkommt. Sag mal. Okay, alle bereit, wir probieren? Heiß Probe, los geht's. Der hat beschäfend Tod zu können, die Lederkrube gerne fein. Der Schiri, was der gar nicht geht, wir wissen, wo sein Auto steht. Wir werden wieder, wir werden wieder, wir werden wieder. Mega, mega. Ich glaube, das war ein bisschen cool. Oh, aber mega, aber die Lampen war. Das ist doch nicht gut. Nein. Du kannst ein bisschen mehr Ehrgeiz zeigen. Du bist halt sauer auf den Schiri. Und ich mach auch mal ein bisschen weniger. Herzlich willkommen bei der Preis ist heiß, ne? Voll das rassistische Video. Super ist das so. Sehr gut. Verklagt euch Putin. Der sieht viel besser aus als ich. Ja, läuft. Läuft. Nie der Junge, wo die Fülle läuft. Das ist richtig rum. Wir müssen sowas dran. So. Ich glaube tatsächlich so. Zum ersten Mal seit, so. Fünf Jahre. Oder? So. Absolut. Genauso. Ja, das war's. Kann man nehmen, ja. Das war's, ne? Und somit am Drehschluss. Yeah. Wunderfälter. Geil. Die Jungs, mega cool. Wir sind mega schnell durchgekommen. Erstmal schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen. Und echt jetzt schon vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Gerade jetzt am Sonntag. Gestern vielleicht noch ein bisschen gefeiert oder sowas. Das ist mega, mega cool. So. Wie machen wir das? Wollen wir tatsächlich gleich heißen Durchgang oder wollen wir das Lied einmal vorspielen? Ja, dann spielen wir das Lied einmal vor, damit Leute noch geht können, falls sie sagen, was ist das denn für eine Scheiße? Das hätte ich jetzt eigentlich in der Stunde davor, die wir gewartet haben hier gerade, hätte ich das eigentlich alles schon machen können. Ja, da hast du ja 20 Mal bei Jörg Köffel machen. Schöne. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Also jetzt reißt das Jacken aus der Kältungszeit. Jeder ist versorgt mit irgendwie Fanmaterial und so. Bierchen in die Hand vielleicht. Wir machen jetzt das einzige Mal das komplette Lied durch. Das ist unser Backup-Schuss. Also dass wir für Notfall auf jeden Fall alles mal drin haben. Das war's. Danke. Wir machen jetzt quasi den ersten Refrain. Schön feiern, aber noch nicht eskalieren. Das brauchen wir für den Schluss. Ja? Aber schon! Achtung, wir fangen an! Bier gekauft, Fahnen raus und Rudel gucken wir zu Haus. Käse, Igel, Frikadelle und das Trikot an. Da müsstest du dann reinspringen. Ja, hab ich vergessen. Wie läuft's denn? Ja, um ehrlich zu sein. Das muss man jetzt nicht ins Internet nehmen. Der Christoph und ich, wir haben unsere Texte drauf. Der Ben versinkt sich immer. Du nimmst den Hula-Hoop-Reifen? Mhm. Okay, also du gibst ihm den Olli bitte an. Wenn die Stelle kommt Hula-Hoop, fähle ihn an. Ich kann hier aber keinen Hula-Hoop machen, dann hau ich die alle weg. Laufen, passen, lege, sprinten, Hula-Hoop. Ach, süß. Ach, süß. Ja, aber das passt. Und? Macht das Spaß? Ja. Wir reden über Essen. Wir reden über Essen. Er will was von McDonalds hierhin bestellen. Ich sage, wir bestellen jetzt kein McDonalds. Wir drehen direkt. Ihr müsst jetzt klatschen mit uns. Zumindest die, die nicht 50 Sachen oder eine Bierflasche in der Hand haben. So. Achtung. Aufs Tor. Neuer Hummels-Hektor groß. Das klingt schon mal grandios. Müller, Kimmich, Süle und mein Nachbar Boateng. Timo Werner, unser Mann. Götze, Sammy Julian. Egal ob Traxler oder Brandt. Die Gegner spielen wir an die Wand. Jetzt ein bisschen mehr feiern im Refrain als vorhin. Aber noch nicht Vollgas. Richtig cool. Wir sind jetzt schon mit der ersten Hälfte sind wir jetzt schon durch und wir haben, glaube ich, erst eine Stunde oder sowas gedreht. Ja, kommt kurz hin. Erst eine Stunde gedreht und wir sind mit der ersten Hälfte schon durch. Richtig geil. Wetter pisst mich halt so ein bisschen an. Sowohl innerlich als auch von oben derzeit. Aber das müssen wir irgendwie aus der Post, äh, Inne-Post dann irgendwie retten. Für die eigene Mut bin ich auch. Ja? Wir werden wieder Meister. Der Vokal wird hier, die Nummer eins sind wir. Achtung, wir drehen. Das fällt jetzt. Das fällt jetzt. Das fällt jetzt. Nein, das fällt jetzt. Ja, das ist geil, Ben. Fahre im Meer, Schraub und Meuth. Fahre in das Tor ein Meuth. Ne, nochmal. Geile Stimmung, Ben Gesang, schwingt gegen Gewicht der Lang. Scheiße, Mann! Ich hab nicht die Kamera... Scheiße, man, das hat er gesagt. Scheiße, die Kamera. Oder was wird... Jetzt noch Ben, dann gehen die beiden auseinander. Dahinter sieht man dann halt unsere Meute. Die teilen sich auch, wie das Meer von Moses. Und ich stehe dahinter mit dem Outfit und der Flüstertüte und sagt dann, ohne Holland zur WM. Köpfe, Masse. Oder was wird jetzt noch, Ben? Ja, das ist viel zu viel Sonne. Oder was wird jetzt noch, Ben? Ohne Holland zur WM. Drehen wir eigentlich gerade? Oder was wird jetzt noch, Ben? Ohne Holland zur WM. So, Ben, wie sieht's aus? Wir machen jetzt noch ein paar Details. Wir sind jetzt fertig. Das war ein Paradox an der Geschichte. Wir müssen warten, bis die Sonne weg ist. Eigentlich hätte ich die ganze Zeit gerne Sonne gehabt, aber wir haben mit dem Schatten angefangen. Jetzt müssen wir warten, bis wir wieder Schatten haben. Das Filmerleben, ey. Fuck my life. Eins, zwei, drei. Wir werden wieder Meister. Der Krokater tier, die Nummer 1 in mir. Dann tanzen wir Contraction. Und ihr könnt, das ist jetzt, jetzt kommt ziemlich sexistischer Kackscheiß, den ich sage, aber ihr könnt natürlich auch so richtig schön so Kamera-Pause machen. Ja, wir tanzen Contraction. Wir tanzen Contraction. Contraction gefällt mir jetzt so. Alles klar, wir hinter, wir hinter die... Wir werden wieder Meister. Der Krokater tier, die Nummer 1 in mir. Wir werden wieder Meister. Wir werden wieder Meister. Der Krokater tier, die Nummer 1 in mir. Wir werden wieder Meister. Finale frei mit den Headlips, die ich mache, haben wir gemacht. Schluss noch frei, haben wir auch gemacht mit Applaus. Alles durch. Sehr gut. Drehschluss. Alles klar. Meine Lieben, wir sind alles durchgegangen. Wir haben tatsächlich alles im Kasten. Damit ist jetzt Drehschluss. Vielen, vielen, vielen Dank. Wuhuuu. Wuhuuu. Vielen Dank. Vielen Dank. Wuhuuu. Vielen Dank. Wuhuuu. Also, hier noch.